Na, kann auch zu jetzt. Gut, dann machen wir jetzt mal hier einen kleinen Wald wieder hin. Alter, ein Klick. Wenn du nicht so viel ruckeln würdest, würdest du es auch mitkriegen. Versuchen wir mal da hinzusetzen. Mal ein wenig dichter setzen den ganzen Kram. Da ist noch ein Holzbalken zu viel. Ne, den da nicht hin. Da eher hin. So, dann kann man da noch einen hinsetzen. Da noch ein. Da noch ein. Da ein. Dann wäre es das, würde ich mal sagen. Jo, gut. So, und jetzt geht es darum, so viel wie möglich an Stöcker zu kriegen. Nicht den Sand da rein machen. Hm, zack. Hat nicht ganz gereicht. Schade. Huh, das wird eng mit dem Zaun. Ah, runtergeschoben. Da stört es nicht. Dann kommt auch hier eine Tür hin. Die ist jetzt mal lieber da oben drauf. Dann weiß ich, dass da eine Tür hin kommt. Gut. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Ja, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Nö. Aber, wir haben ja zumindest, glaube ich, schon mal eine Seite fast fertig. Dann fahren wir kurz zurück nach Tronjaheim. Und holen noch mal ein bisschen Holz. Da haben wir eigentlich Holz am Mast. Ich will jetzt hier nicht extra noch Holz fällen. Gut. Ja, wir machen hier eine Tür rein. Wenn da eine Tür ist, kommt da auch eine hin. Dann kommt da so ein Teil hin. So. Und weil es so schön ist. Ungefähr auf halber Strecke. Das müsste hier ungefähr sein. Auch nochmal eine Tür. Können wir auch gleich die Fackeln um drauf setzen. Hier kommt die Tür hin. Na, das war der Zaun. Hier kommt die Tür hin. Dann nimm das. Und dann nimmst du den Weg. Also kommst du auch noch weg. Ist das schon wieder dunkel? Ne, muss ich schon sagen. Ähm, gut. Mehr Türen haben wir nicht. Na. Einsteigen. Nach vorne drücken. Und wir fahren. Ist ja auch geil. Wir brauchen keine Taste mehr drücken. Auch geil gemacht. Uh, das geht jetzt wirklich gut. Wenn wir Pferde haben sollten. Oder ein Pferd haben sollten. Kann man ja auch irgendwann mit dem Pferd mal zwischen den zwei Dörfern hin und her reisen. Und dann müsste man aber die Straße, die da hinten laufen sollte, fertig machen. Wird auch noch lustig. So. Jo, wir sind gleich da. Und wir sind auch schon in Tronjeheim. Sehr gut. Tür lasse ich mal kurz auf. Weil wir werden da wie so gleich wieder rein müssen. So. Äh, Holz. Die Türen. Brauchen wir eigentlich nicht. Die Samen können wir mal wegschmeißen. Den Cobblestone werde ich jetzt hier lassen. Weil ich werde die Strecke jetzt noch nicht über den Fluss führen. Die Setzlinge. Ähm. Holz wollte ich mitnehmen. Normalen Zaun haben wir nicht mehr. Bretter. Gut. Wir werden jetzt mal ein paar Stickies hier fertig machen. Vielleicht reicht das ja schon. Puh. Wird eng. Machen wir lieber noch ein paar. So. Und hier haben wir noch ein paar. Einzelne Bretter. Die können wir dann mal kurz umwandeln. Dann haben wir hier. Auch noch ein paar. So, die 64. Eiche kann ich glaube ich dann jetzt hier lassen. So. Ich weiß, wir haben keinen Poller am Ende der Strecke. Aber. Wir werden schon irgendwie. Stehen bleiben. Was ich mal versuchen kann. Optionen. Grafikeinstellungen. Ich gehe mal ein bisschen unter Fahr. Mal schauen, ob das was bringt. Wobei eigentlich dürfte es nicht so viel bringen. Weil so viel in die Ferne schauen wir ja nicht. Guckt doch alles ziemlich im Nahbereich an. Aber wenn man sich mal überlegt, ist schon klasse wie wir hier mit der Bahn fahren. Jetzt fahren wir in die Richtung. Also durch den Süden. Da hinten ist das Dorf. Jetzt fahren wir ein Stück Richtung Norden. Das ist schon interessant. Ähm. Genau. Jetzt ziehen wir hier mal den Zaun lang. Bis jetzt sind die Peaks doch ein bisschen weniger geworden. Zumindest habe ich das Gefühl. Nein. Der hat gerade wieder gehakt. Man hat es gemerkt. Dass er in mich hinein den Zaun gesetzt hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass er mal kurz gehakt hat. Ähm. Zack, zack, zack. Achso, acht haben wir noch. Machen wir mal kurz so. Zapp, zapp. Und den Rest auf dieser Seite noch fertig machen. Gut. Jetzt brauchen wir eigentlich hier auf der Seite keinen Zaun. Weil da muss ja der Behelfbahnhof ja auch noch geparkt werden. Achso, ich wollte jetzt noch schnell Fackeln setzen. Da drauf und da drauf. Dann kann da drauf und da drauf eine. Die Quecken weg. Die kann auch weg. Oh, Schwein. Du bist hier falsch. Du musst hier raus. Ansonsten schlachte ich dich. Kannst du dir hier überlegen? Ansonsten schlachte ich dich, wenn du hier nicht raus willst. Aber machen wir mal anders. Weißt du was? Müsst du draußen. Geht doch viel schneller. So. Dann kommt da und da auch eine Fackel drauf. Gut. 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 Was ist denn hier passiert? Hat der Sting mal mal kurzerhand den Zaun weggemacht? Beim Wachsen ist ja auch geil. So. Zack. Ja. Zack. 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 Und zack. So. Wie sieht die Schienen aus? 25. Das reicht nicht. Geht doch vielleicht erst einmal. Nein. Doch. Ich habe noch zwei dabei. Gut. Geht nicht anders. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzureisen. Wir werden da mal kurz einen Baum fällen gehen. Der nicht weiter auffällt. Das ist der ja. Hopp. So. Ähm. Ähm. Doch. So. Eins, zwei, drei, vier. Und gibt ihm könnte. Amigo. Hat er alle gekriegt? Ja, hat er alle. Super. Ähm. Schaufel. Da bist du. Red Sound Torches. Dahin. Zack. Die Taste brauche ich da nicht drin. Den Apfel brauche ich da auch nicht drin. So. Und wieder 32. Wobei es nicht ganz stimmt. Wir machen hier mal. Komm. Kommt wieder weg. Dackelkommst mit. So. Besser. Man muss hier nicht an die 32. Regel unbedingt halten. Aber das geht. Weil es ist ungefähr so nur geschätzt. Diese 32. Gut. Ja. Zack, zack. Ähm. Zehn Schienen haben wir noch. Na. Die brauche ich. So. Was mache ich denn jetzt hier gerade? So. Habe ich die Bastelkiste stehen lassen. Ah. Wir haben da ganz schöne Stückchen schon fertig. Wieder in dieser Aufnahme. Wenn ich diesen Teilstück hier erreicht habe, werde ich auch die eigene Aufnahmepäuschen machen. Einsteigen. Vorfahren. Und geht. Man braucht nicht mehr anschubsen. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Oh. Hier kann man schon mal aussteigen. Ähm. Das da rein. Das da hin. Das da rein. Nochmal vier. Oh. Wo kommt die denn her? War die ja vorher schon drin? Raus hier. Ruf. Raus habe ich gesagt. Blöde Schaf. Alter. Genau. Du bist da schon mal ganz gut so. Du musst ja gut aufgehoben. Oh. Perfekt. Ähm. Zack. 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 Äh. Wir brauchen einen Booster-Schienen, stelle ich gerade fest. Ruf. So. Redstone. Genau. Egal. 24. Haben wir wieder genug. Wie zum Teufel kommst du jetzt hier drauf? Ruf. 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 Jetzt auf einmal geht's nicht nur, oder was? Ja, ne. Ist klar. Ja, ne. Ist klar. Deshalb habe ich am liebsten an sehr unliebten Bäume. Immer sehr, sehr unlieb. Bäume an einer Minecraft-Strecke. Man weiß nie, wo irgendwelche Monster draufklettern können. Wie da hinten zum Beispiel. Die fallen da perfekt drauf. So. Zack, zack. Ähm. Zack. Genau, meinen Block habe ich noch. Der muss dann noch hin. Da ist meine Taste. Die kommt da hin. Vielen Dank.